. . . . . . . . Kapitel 3 . 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 Was sollen wir überhaupt in der Burg machen? Wir müssen Amber kontaktieren, unser Heim. Wir müssen alle vor der Gefahr warnen. Es ist beschlossen. Wir gehen nach hinten. Go bohren. Zeit, die Berge zu erklimmen. Zu den Bergen. Da über den Berg fahlten wir zum Eingang des Tunnels nach Burgwald Windeburg. Erneut flohen wir durch den Wald und liessen noch weiter von dem Meer weg. Wir sind den Fuss der himmelhohen Berge erreichten, hier am Rand eines alten Dorfes. Für alle schlagten wir uns. Wir mussten einfach unsere Familien und unser Leben in Amber vor Gefahren warnen, die aus dem Süden kamen. Zum Glück erkannte einer unserer Magier Kadar die Gegend wieder. Hoch in den Bergen stand Burg Windeburg. Laut Kadagar sollten wir dort Hilfe finden, um eine Möglichkeit mit unseren Familien zu sprechen. Wir bereiteten den Aufstieg vor, aber in vielen von uns gärte ein unangenehmer, besorgniserregender Gedanke. Wir waren so lange gesegelt, so viel Zeit war vergangen und viel hatte sich verändert. Würden wir wirklich Hilfe auf diesem Gipfel finden oder einfach nur neue Gefahren? Diese Level ist grösser als ein einzelner Bildschirm. Zum Bewegen der Kamera bewegst du dein Maus da greift an die Bildränder. Du kannst auch die Pfeiltasten oder WASD auf deiner Tastatur verwenden. Gut, machen wir das. Okay, collecten. Kleine Kiste. Für die Reise benötigen wir eine Menge Nahrung. Klicke auf den Bauplatz und bau eine Mühle. Ich danke dir, meine Herr Hüter-Hüter. Wir werden schon geholfen, Herr Thasarikos zu holen. Ich rede ande meine Hüter-Hüterkirchen. Daher höre mich, dass die Reise benötigen. Keine Kiste. или Kiste. Okay, meine Hüter-Hüterkirchen, Bezogen, die sind hier nicht, oder? Obst meine F3 Blin! Blin! Porcon... Por... Indobortuna Halt Lass alle Holzpfeiler kennen Das ist ja auch ein Problem. Liebe Potion! Gegenstände, die du aktuell nicht brauchst, kannst du in deiner Kiste lagen. Dann klicke auf die Kiste und ziehe Gegenstände hinein, um die Zulage den Inhalt deiner Kiste zu speichern. Gegenstände, die du aktuell nicht brauchst, kannst du in der Kiste lagen. Gegenstände, die du aktuell nicht brauchst, kannst du in der Kiste lagen. Mysteriöser Holzfälle. Jemand liefert heimlich Holz und zumindest stellt er es heimlich. Heimlich Holzfälle. Heimlich Holzfälle. Heimlich Holzfälle. Heimlich Holzfälle. Heimlich Holzfälle. Heimlich Holzfälle. Goldrauch, stell eine Stahlspitzhacke in der Schmiede her und baue die Goldader ab. Ich traf nämlich McCain, den Schürfer. Er versuchte vergeblich seine alte Spitzhacke in einen massiven Fels zu treiben. Er hatte all seine Ersparnisse für eine Karte Termine ausgegeben, aber vollkommen vergessen sich neue Ausrüstung zu besorgen. Für unsere Hilfe ist er bereit, die Hälfte dessen, was in der Mine ist, uns abzutun. Wenn wir genug Gold anhäufen, werden wir unser Werkzeug in der Schmiede verbessern können. Beide. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice! ... ... ... Ich bin ein Aktuell. Wenn ich auf einem Bauplatz errichtet wurde, kannst du es abreissen und einander. Du musst an seiner Stelle errichten, klicke auf das Gebäude um mehr zu erfahren. Reiche Ernte. Ein orkastischer Standardsoldater mit einem Schwerk bewaffnet ist. Ruhsack Mittel und Schaden. Wer kämpft? Ja. Ja. Lass die Anheilung zu können, muss ich sagen. Das ist die Pau. Heiner's house. das ist das ist Oh, hey! Niklas! Oh, die Golda-da-da-da! Ja, dankeschön! Wie cool! Holzfäller-Ring Dieser Ring wird von Holzfäller sehr geschätzt. An Kindern geben sie Elbsrottensstümpfen exzellente Bauern. Dritte Lumpf Ich bin der Fall! Runaweeeey! WOOOOOO! Ah, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Badly. 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 Ahem. Level 1. Lens. Das ist gut. Aber die Rallye, eine Rallye hat sich auf ein paar Läden. Er winkt, als ihr Nehr, und gilt als ihr zuhört zu sagen habt. Eine neue Klinge. Häufig genug Gold an, um in der Schmiede etwas schwer zu schärfen. Der müde Lehrling saß auch in parallelen Kisten aus wie näher kam, und winkte er freundlich und begann ein Gespräch mit euch. Habt ihr auf eurem Weg hierher Orks getroffen? Sind nicht so angenehm, oder? Nun, unsere Gegner in den Bergen sind sogar noch tödlicher. Lasst mich euch einen Rat geben. Mein Onkel ist Schmied, ein erfahrener Handwerker. Er kann eure Schwerter schärfen, damit sie jede Rüstung durchdringen. Keine Gegner wird sich auf die Beine halten können. Seine Arbeit ist teuer, aber die Qualität ist es. Der Lehrling hat absolut recht. Unsere Schwerter waren stumpf geworden auf unserer Reise. Vielleicht sollten wir sie... ...wir um unserer Sicherheit ein bisschen Gold ausgeben. ... 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 Halt das der Grum-Migron. Halt das, dass du nicht auf der Strasse blockierst. Okay. 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 9, 20, 1, 2, 1 Oh, hey, oh, hey. Hey, Bogen, Schütze. Piss, 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 piss. Piss, piss, piss. De Boe, o, die G, kooltaterop, serve, dat sfeer. Piss, piss. Piss, piss, piss. Piss, piss. Piss, piss, piss. Spricht mit ihm! Der Winternaht. Errichte fünf Häuser. Wenn nicht genügend Bauplätze verfügbar sind, musst du einige Gebäude abreissen, die du zuvor errichtet hast. Einfach nur verzweifelt aus. Es ist furchtbar. Ich wollte eigentlich ohne ihre Hilfe auskommen, aber Flüchtlinge strömen ohne Unterlass ins Dorf und wir schaffen es nicht, sie unterzubringen. Und um alles noch schlimmer zu machen, schneit es in diesem Jahr ungewöhnlich früh. Sorge mich um die Gesundheit. Wenn du Miebbel erste mal ist, kann ich noch nie gehen. Reißen, Blut vermitteln. Ich brauche dich zu einfachen Blutdaufer. Du kannst du in den ZD-X-Klein sein. du kannst du in den ZD-X-Klein sein. Wachen die ZD-X-Klein sein. Du kannst als ZD-X-Klein sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020